Was kommst du du? Alter! Jetzt wird's! Alter, Alter, Alter! Du bist schade! Ich muss kacken! Wo ist das nächste Klo? Alter! Alter, Alter macht's mir schwach! Bist du denn bei den Klamaschenkopf? Bist du denn bei den Klamaschenkopf? We are 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 Concentration 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 Was hab ich noch gesagt? Ich hab Concentration hast gesagt Wie wollen wir das nicht? Scheiße, doch auf die Kisten Ah, steht's doch gar nicht Wieviel Endgängen gibt es eigentlich? Keine Ahnung, die Guren nicht mehr. Wäre jetzt so cool das Wälder spüren. Endgänger sind ja mehr so Zwischenboss. Der Ripper-Ruburg ist die zweite Welt bei der zweiten Insel. Der Kortex war ein mieses Stiegel. Das ist doch nicht. Das ist ja komische Gehilfe dort. Ich weiß nicht, wie das heißt. Ich weiß nicht, wie das heißt. Das ist absolut. Hier auf etwas So, aber jetzt! Bist du da ab 17 von 35? 35 Kisten?! Ah ok, da ist ein Bonus! Da haben wir doch den Klo! Ja, dann müssen wir da mal schauen! Da brauchst du z.B. so einen rosenen Kristall Da musst du mal schauen, wie man die überhaupt reinkommt! Du musst einen rosenen Kristall in einer anderen Welt finden! Achso! Na, wie die Irre! Du musst ja einmal alles durchspülen und einmal spülen wegen den Kristallen! Sunset Wister! Sunset Overdrive! Mörderspiel! Habe ich noch nicht gespürt! Ich schon! Glück gespürt! Ich habe die Xbox nicht! Ich schon! Hast du noch eine Teile? 360 und die One? Nein, die 360 habe ich verkauft! Da habe ich mir dann die One geholfen! Die schmeißen wir da jetzt auch schon nach! Hm! Ich muss ja mal sehen! Ich habe ja noch... Dead... Wie heißt das jetzt? Dead Rising 4 muss ich noch durchspülen auf der Xbox! Halo 5! Rise! Da habe ich noch nicht durchspülen! Ich habe schon nicht mehr so viel Spül, ja! Weil ich die alle Leute blamme! Das kannst du nicht machen! Ja! Ich habe mir aber auch keine Lärmspül in der Kopf! Das ist nicht! Der gegen die Fleder, meinst du? Da ist doch die Ome fliehen noch nicht aus! Nein, die stört nicht! Und die meinen es an mich! Das sind doch die Ome fliehen noch nicht in Ruhe! Nein! Die sterbt mich! Ich traue mich wirklich, den ihr es braucht jetzt! Ich glaube nämlich auch! Soll doch nicht! Es tut uns die Flüder meistens, wenn du noch mit zu verhängen sie mehr. Ja, paar. Checkpoint. Katschi? Katschi? Das war Föller! Alter! Wenn man so denkt, das Spiel ist eigentlich ein Kinderspiel. Ja! Wie viele Jahre alles freigeben? Sechs Jahre oder so? Wieso kann man da nicht reinhupfen? Ja, weil da nichts drin ist. Wieso ist das denn offen, der Fuck? Hahahaha Hahahaha Uh, der war auch noch ein Schimmelmarsch. Hahahaha Ja gut, aber Danger Kazooie und was ist das? Das Yooka-lele da? Yooka-le-li! Yooka-lele! Yooka-lele! Ist das ja schon wieder ab 6? Ich auch, das habe ich mir auch gekauft im Store. Das ist urgeil gemacht. Das war jetzt auch verblüht. Aber es ist wirklich mehr da. Schwer. So ein lustiges Spiel. Auf! Das ist ja... Oh, oh, oh! Das geht unter. Ich werde weg gehen. Ich werde weg gehen. Hahahaha Ich habe neue Fan-Dates durch die scheiß Geckos oder was ich weiß, was das da ist. Unterfällig. Das ganze Spiel ist unser Fan weiter. Ich habe da. Ich habe das weg. Und jetztjets... Ich mache das weg, wer es Controller hat. Und jetzt pessoas ... Ich habe da weg, was ich machen! Jetzt sind wir doch zu skippen. Was ist das? WELLA! Der Spokkenmann! Ich hab noch ein paar Schuhe Alter! Hör auf! Hör auf! Hör auf! Alle drei Teile sind dabei! Crash Bandicoot, Quartex Trikes Back und Warped! Warped ist so ein geiler Teil! Mit einer Harley Davidson von mir an eine Bazooka schießen! Geh du! Obwohl ich persönlich auch in Swarion nie gespielt habe! Der Vorher hat dann glaube ich sechsmal durchgespielt oder irgend sowas! Wieso? Wieso? Püle, ich hab's längst für drei... Spüle! Wanns dreckens denn zu früh, wie's rauskommt an Crash Bandicoot, wenn's Frühpreis spüle? Für die Prestige Schnauze! Ja und so dumm ist auch nicht bildlich! Ja! Wanns gehört auch schon? Ich wollte doch noch Schuling gehen, bis du findest aus der Kugel ist! Jo, das war in den 90er jahren! Das ist ein guter Spülcrash Bandicoot! Herz erzucken! Herz erzucken! Herz erzucken! Ja! So, jetzt wird es stressig, jetzt wird es stressig, noch nicht bei unruhigem Lassen. Traut sie nicht. Wow. Da krieg ich etwas zum Checkpoint drin. Aha. Das hätte ich alles noch nicht machen können. Spiel! Ich wacke immer noch die nächste Runde. F***! 1 Sekunden zu früh. Wie die Sneak-Game rauf. Jetzt. Der fliegt nach hinten, wie man jetzt meinen Klang kommt. Die Stöhne sind so mies. Und Fledermäuser auch noch. Bravo. Nicht von mir. Was ist da jetzt? Da oben, da oben. Das ist echt nicht normal. Und jetzt? Achso. Was? michst. Verweil. Du bist doch das mal. Du bist schon mit einem Haxus frittiert gewesen. Frittierter Beuteldachs? Sicher. OIDA! 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 Lass mich auf! Du bist am Checkpoint, oder? Ja bravo. Du bist ein Uka-Uka. Sei brav. Ich muss jetzt ein bisschen Uka-Uka. PORTUGA! 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 Das ist mir was next. Das war für mich. Mhm... Also 1, 2, 2, 1, 1... Ach fear... OIDA! 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 Der Don-Head hat sich aufgehört. Jetzt hätte ich die Dich-L-Decken aufgebrochen. Ich hab nur 3, 5er! Fünfer! Also 35 Euro. Kostet es wirklich 40? Ja weiß so. Ich glaube es kostet 40. Waffe kostet es wirklich 40 Euro? So, dann jetzt aufpassen. Das wird sicher weg. Ja, ich glaube auch. Ja. Ja, ich glaube es kostet. Ja, ich glaube es kostet. Fuuu! Fuuu! Fuuuui! Das ist wirklich schwer zu wissen. Ja. Ja, Fuuuui! Fuuu! Checkpunk. Checkpunk, hier sind wir wieder. Fuck of a 1? Nicht nur auf никmell ist aber es trämlich. Is da ist eine. Ose. Eine.